Hallo meine Lieben, ich bin jetzt da und da sind meine Rechtenhäuser, ja und sie und da sind ganz verschiedene Rechnungen für die Schule. Auswendig lernen und ich darf nicht mit Händen rechnen. Zeit lassen, aber du musst auch nichts lernen. Bist du bereit? Ja. Bist du bereit? Nein. Bist du bereit? Ja. Mit Begeisterung. Bist du bereit? Ja. Satz? 4 plus 2? 6. 6 plus 4? 10. 4 plus 1? 5. 7 plus 2? 9. 3 plus 2? 5. 8. 8 plus 2? 10. 2 plus 7? 9. 3 plus 1? 4. 3 plus 7? 10. 2 plus 1? 3. 1 plus 1? 2. 1 plus 5? 6. 7. 10. 2 plus 1? 7. 2 plus 1? 8. 3 plus 3? 6. 4 plus 6? 10. 2 plus 4? 6. 5 plus 1? 6. Schneller. 4 plus 4? 8. 4 plus 4? 8. 2 plus 6? 8. 5 plus 4? 9. 6 plus 1? 7. 4 plus 3? 7. 3 plus 6? 9. 9. 3 plus 4? 9. 3 plus 4? 9. 3 plus 4? 7. 5 plus 3? 8. 1 plus 7? 8. 6 plus 3? 9. 9. 1 plus 6? 9. 1 plus 6? 7. 7. 3 plus 4? 8. 8. Was ist los mit dir? 4 plus 5? 9. 1 plus 8? 9. 1 plus 8? 9. 6 plus 2? 9. 8. 2 plus 8? 9. 2 plus 8? 9. 1 plus 8? 9. 2 plus 8? 10. 1 plus 3? 4. 2 plus 1? 3 plus 8 2 plus 8 1 plus 2 3 3 plus 5 8 5 plus 2 7 8 plus 1 9 1 plus 4 5 7 plus 3 7 5 plus 5 7 2 plus 5 7 2 plus 8 10 1 plus 9 6 plus 2 8 8 3 plus 4 8 3 plus 4 3 plus 4 7 8 10 6 7 8 9 10 8 9 10 10 12 12 12 13 Acht. Zehn. Zehn. Sieben. Neun. Sieben. Acht. 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 Was sind drei? Neun. Fünf. Bisschen schnell. Vier. Sieben. Zehn. Vier. Fünf. Sieben. Neun. Neun. Acht. Neun. Sieben. Sieben. Acht. Acht. Drei. Zehn. 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 Neun. Sieben. Hast du noch bestanden? Ja. Okay. Sieben. 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 Ich bin wieder hier. Sieben. Sieben. Ich bekomme noch eine Matherechnung. Haben Sie. Sieben. 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 6 mal 2 aufgeschrieben. 6 mal 2 sind 12. Die nächste. Okay. Sieh 4. Okay, siehst du. 1, 2. Was sagt? Ich habe dich schon wieder gesehen. 1, 2, 3, 4, 5. Gut. Kannst du bitte hafen, sodass du nicht gerechnet hast. 1, 2, 3, 4, 5. 6. 6 mal 2 ist 12. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, nächster. 4 mal 2 ist 8. 4 mal 2 ist 8. 1, 2, 3, 4, 5. 8 mal 2 ist 16. 2 mal 10 ist 20. 3 mal 2 ist 6. 2 mal 2 ist 18. 2 mal 9. 1, 2 mal 2 ist 8. 2 mal 2 ist 4. 2 mal 6 ist 12. 2 mal 4 ist 8. 2 mal 1 ist 8. 2 mal 2 ist 8. Füße, das Ritzel, Ritzel, so, meine Mama hat mir geholfen, die Emily, die kennst ja sowieso, so, die hat mir schon oft geholfen und die Hände sind 6 und die Füße, das ist 4, jetzt habe ich auch hier hingeschrieben. So, jetzt muss ich sprechen, 4 plus 4 ist 8, 6 mal 2 ist 12, 6 minus 4 ist 8, 2 ist 2, 4 mal 2 ist 8, 2 ist 8, 2 ist 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 5. So, und jetzt bin ich fertig und ich muss das um rauszuziehen, das ist ja was ich falsch habe. Hm, so ist es. Brauchst du nicht mit dem? Mach das mal. Okay, bist doch fertig. Mhm. Mami? Das war's meine Liebenschau. Ich hab auch an.